Au. Das ist eine Hochleistungs-Melone. So. Ich habe auf jeden Fall gerade irgendjemanden gehört. Hallo. Wer macht denn jetzt den Alarm an? Ohne Scheiße, als ob mich gerade jemand gesehen hätte. Äh. Ja, Mahlzeit, meine Freunde. Oh, oh. Meine Energie ist ja fast leer. Was ist das? So. Oh, oh. Shit. Ich kann mich vielleicht nicht verstecken, aber ich kann wegrennen. Energie kritisch. Maximale Stärke. Jetzt renn dich. Ich halte die Augen für dich offen. Shit. Los, los, los. Okay. Was? Wo? Rauch mit den Scheiß. Mit den Scheiß? Irgendwann werde ich auch noch Deutsch lernen. Shit. Das war jetzt richtig blöd. Scheiße, die umstellen mich. Bleib blieben. Mach dir nicht die Mühe. Tarnfeld aktiviert. So. Da tut vielleicht ne Granate ganz gute Dienste. Oh. Vorwärts, Männer. Oh. 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 Hinter mir. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Kontakt verloren. Tarnfeld aktiviert. Kontakt verloren. Tarnfeld aktiviert. Ich hab mich verloren. Oh. Huch, wie so gestolpert. Nee, nee, er schießt ihn nicht. Shit! Ey, wie viele das sind! Unglaublich. Das hört überhaupt nicht auf. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Stab, du hast ihn. Stab! Vorwärts, los! So, jetzt hab ich's aber bald, oder? Ich meine, wie viele sollen das denn sein? Die Frage ist, wo willst du hin? Nicht wirklich, oder? Das ist nicht wirklich so ein scheiß Boot. Na komm, aber ein schöner Blick für hier. Shit, ich kann nicht ganz da rüber gucken. Eigentlich will ich mich mit dem Boot gar nicht anlegen. Eigentlich will ich jetzt hier... Ne, ihr wisst, was ich meine. Was? Äh, da ist einer von meinen Jungs, kann das sein? Hier irgendwo? Äh. Ich seh doch auch das... Ach, da oben! Aber das ist meiner, oder? Das muss meiner sein. Muss ich zu dem hoch, oder was? Nee. Macht keinen Sinn. Ich werd schon wieder von irgendwo gespottet. Oh, fuck. Ach, ganz da oben! Nee, was denn? Nee, was denn? Jetzt komm her! Alter, was hat er da oben für'n Geschütz stehen? Wahnsinn! Das tut echt weh! Shit, da oben ist schon wieder einer. Ich muss mich erst ein bisschen regenerieren, sonst geh ich drauf. So, einer. Zwei. Shit, aber irgendwas sieht mich. Hä? Ah, wahrscheinlich der da. Ähm. Ähm. Problem? Shit, ich hab nämlich keine Raketen mehr. Was mach ich jetzt? Ähm. Was ist das hier? Ist das vielleicht ein Munitionslager? Könnte das sein? Was? Wo ist er? Tarnfeld aktiviert. Wo ist er? Ich bin in die Engel. Entschuldigt. Ah. Tarnfeld aktiviert. Das war eigentlich ganz lustig, oder? Soll ich mal diese Maschinenpistole hier mitnehmen? Könnte ich mal machen, oder? Statt der hier. Ja, wobei... Ah, ist irgendwie alles blöd. Ist das jetzt ein Munitionslager? Sieht ja schon irgendwie so aus, oder? Die Frage ist nur, finde ich irgendwo Raketen oder C4 oder etwas in der Art? Sieht in mich irgendwie gar nicht danach aus. Bin ich hier jetzt überhaupt richtig? Ja, irgendwie so grundlegend schon, aber... Oder ist das auf dem Dach? Quatsch, keiner macht ein Munitionslager aufs Dach. Wie doof wäre das denn? Aha. Brandgeschosse? Cool. Sprengladungen. Perfekt. Und neun Raketenwerfer. Und Granaten. Und... Oh, ist das schön. Das ist ja wie Weihnachten. Und Brandgeschosse ohne Ende. Das ist ja viel besser als Weihnachten. Gut. Nehmen wir jetzt erstmal wieder dieses Ding da hinten aufs Korn. Und zwar am besten von hier mit dem Raketenwerfer. Ich will nicht nochmal da nach hinten latschen. Ach, Fick mir. War's das? Hm. Ach, wisst ihr was? So, und jetzt holen wir uns einen neuen Raketenwerfer. Da müsste ja noch einer gelegen haben. Wenn wir jetzt schon hier sind. Was soll der Scheiß? Ja, da liegt noch einer. Sehr schön. So. Was müssen wir jetzt machen? Sabotieren sie den Störsender auf dem Kreuzer. Ah, der Riesenkreuzer da, der eigentlich nicht zu übersehen ist. Ah, meine Hand sagt mir, ich muss bald eine Aufnahmepause machen. Bin bei einer Stunde fünf etwa. Also den Kreuzer machen wir jetzt noch kurz. Hoffentlich bleibt sie da hinten, da hinten kommen schon wieder welche. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich bleibt sie jetzt mal ein bisschen ruhiger. Wie du lebst. Wie du lebst. Leute. Macht mich doch nicht unglücklich. Was ich da höre? Ist ein Panzer, oder? Nein, ist kein Panzer. Aber genauso lustig. Hallo? Den habe ich nicht getroffen. Tarnfeld aktiviert. Lustig. Shit. Die sind auf dem Kreuzer. Na toll. Fuck. Hallo. Lauf den. Danke. Danke. Fuck. Ich weiß nicht, von wo ich geschossen werde. Fuck. Ah, Mann. Ach, na toll. Damit, bin in Position. Wie ist der Plan, Psycho? Ich habe mich am Hafen umgesehen. Der Kreuzer da unten knistert vor lauter Technik. Vermutlich stört er unser GPS. Wenn du ihn erledigst, haben wir unsere Bomber freie Bahn. Ist das doof. Mann. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Hm. Eigentlich ganz lustig. Will ich nur noch mal einen neuen Raketenwerfer holen. Wenn es noch mal einen gibt. Weiß gar nicht, war das der zweite? Ne, das war der erste, oder? Da muss ich echt noch mal nach den Grafikeinstellungen gucken. Also irgendwas stinkt hier nicht. Habe ich so das Gefühl. Da unten schleicht einer rum. Na? Na? Sag mal. Also da stimmt doch was nicht, oder? Ja. Super. 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 Sehr schön. Diesmal kommen die nämlich zu mir. Was irgendwie sehr viel besser ist, als wenn ich zu denen kommen. Wo sehen die mich denn? Ich glaube, die sehen mich gar nicht, oder? Die verarschen mich nur. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt echt eine Aufnahmepause. Äh, speicher jetzt an der Stelle hier. Äh, so. Und ich danke allen vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns spätestens in zwei Tagen wieder. Bis dann.